herzlich willkommen zurück zu einer folge fifa orakel mit den üblichen verdächtigen jay christian sepp und mir und diesmal spielen wir fc bayern gegen brusia mönchengladbach und wir wissen eigentlich schon wie das ausgeht die sommerpausen einfach nicht vorbei endlich gibt wieder bundesliga ja auf jeden fall endlich muss man keine wurstmannschaften erspielen bis wir einfach und schweig gegen augsburg let's play ein bisschen der rakete wo der bleibt aber der wird auch alter gerade nur hirntod ohne scheiß jetzt streng dich doch mal an jemand war da war überhaupt nichts geiles erst mal hast du so ein fehlpass und da ziehst du auch noch den abwehrspieler weg ja das ist ja voll bombe ein bisschen mehr ohne scheißlauch doch weiter müller 21 zeige da sind die amis voll drauf abgegangen weil er auf englisch pickmounter heißt alter krass flanke wird die presse raus ja 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 sauber boah mann ey irgendwie ein bisschen finde ich das schade hat man sich gegen gut so ausgetauscht wird war weil der jung der hat schon echt viel geleistet eins zwei boah mehr schau ich nicht boah zwei stück hat er geschafft hammerhart mehr schau ich auch nicht ne ich auch nicht naja da konnte man nix dran machen na 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 ist das ist jetzt ein schuss schieß nein nein scheiße ne alter hätte sie das Tor laufen können mann wenigstens auch die große Chance ja da kann der neuer direkt raus sie haben einfach geschossen ja komm jetzt hau das Ding da rein Tor Tor fährt ab nein ich wollte mit Kreis ich wollte mit Kreis den nochmal zurückflanken oh ne scheiß ey so hast du dich nach unten abgespielt Christian mit der save gewinnt ey es wird ein gewinnt nicht Robben wie er live und lebt vom Champions League Finale 88 minuten ja sicher der stand natürlich auch wieder am abseits ach leutchen ey komm schon ja ey das macht der nicht ohne scheiß ohne neuer wärt ihr sowas von am sack ja und ohne Robben und ohne Rosari JIP das sah aber echt so aus ohne Spaß oh was ne schöne Ecke boah komm Christian du müsst jetzt aber nochmal ein bisschen was da rausholen ja sonst wird das hier ein bisschen zu knappi dann ist bei Sepp so ätzend wie oft er die Bälle wieder mitnehmen kann ja machen jawoll 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 endlich supergeil Sepp Christian er muss irgendwie ein bisschen anders laufen ein Spielzeug der durchgegangen ist ey leck mich am Arsch ey mein Gott ey was ist denn mit dem neuer los irgendwie hat denn irgendwie so ein Laserpointer wieder geblendet oder was du hättest diesen Ball hier so helft навер nur das rein direkt erstmal nett begrüßt komm schon NEIN Lach ins Tor 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 1 zu 2 adi was hast du dazu ich sag dazu gar nichts wir könnten schon lange führung stehen ja wenn wir das wäre jetzt übrigens wenn ich das spiel würde ich bin nicht derjenige kurz zum tonig abspielen jetzt bin ich zu dir schuld ich hab nicht so schuld bis dann wird wir mehr führen könnten ja genau das zumindest unentschieden stehen kann sich mal im arsch schlägt mir spieler alleine moment da sind wir gerade verlocken nein nein jetzt geht's ab weg ja komm 321 glattbach ja zum neuer aber jetzt kannst du sagen dass ich das schuld bin bayern fängt an zu träumen dann mach ich das jetzt auch oh mein gott dann mach ich das auch ey komm ich fang mit sowas gar nicht erst an einfach weg dann nicht da bitte ne einfach weg und schießen ja wohl nicht dein ernst war ein guter tipp ohne spaßig und wie sowas denn aufsteigen ey machen wir das direkt wieder Freunde ohne Scheiß braucht Harni die Diskussionen beim Fußball sind sowieso immer total geil Ironie oder irgendwie sowas oder Humor verstehen die Leute sowieso gar nicht beim Thema Fu ne bei dem Thema überhaupt nicht da geht direkt der Puls auf 260 ja voll und die die sich sofort aufregen sind die größten Pussys auf dem Planeten oder Ultras je nachdem ja oder Ultras wie auch immer aber trotzdem sogar pass wenn man sich teilweise so aufregen kann ist einfach nur peinlich und war das denn oh das war ein schöner Flügelwechsel hab ich jetzt gar nicht gesehen haben wir Reus ich glaube äh standardaufstellungsmäßig ist der da nicht ja nein ja nein 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 der war im Abseits nein oh man es gibt natürlich keine Wiederholung weil kein Abseits war oh man hä aber wer ist denn dann links wer spielt denn dann links da muss doch Reus äh ist das nicht der Perisic sei da doch doch Perisic Perisic müsste dann noch drin sein ne 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 Perisic ist nicht drin der ist der ist der ist also zu Winterpause die oh was ein Pass was ein Zuckerpass ach Reus oh schade na oh oh schön Spiel weg lol jawohl oh ja Elfmeter das war doch wohl eindeutig im Westen den haste das hab ich ja mal genau so gesehen ja komm Sip hau ne rein jawohl nein was ist das denn geil doch hier spielen wir eigentlich offensiv ja was spielt ihr überhaupt ja wir spielen offensiv willst du willst du defensiv lieber stehen damit wir den Schiller schaffen ne 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 ich wollte nur wissen ob wir offensiv stehen jawohl jetzt nein kriegt den Ball nicht mehr kontrolliert ach das kann nicht wahr sein jawohl Sepp jetzt nein Sepp du hast ihn noch Sepp nein nein oh man der ist einfach zu träge mit dem Ball komm schon komm schon komm schon komm schon aufred schlappe nein ja nein ach komm das ist so lächerlich wa Mann und damit das verdiente 2 zu 1 für Borussia Dortmund Alter solche Standardlack bumm ich hab es geschafft kreis zu drücken juhu oh Gott ey du hast noch nicht zu lange gedrückt boah jetzt ist der Alter was du ach fuck nice komm die Nubatschnitte steht bereit die Nubatschnitte steht bereit oh man was du ganz ganz leicht im abseiten ich bin doch wieder rausgelaufen das ist doch scheiße boah scheiße ja wo geht der denn hin so den haste ach komm Sepp spiel ab du Mongo jetzt machen du Mongo MACHEN NEIN boah ganz ehrlich wozu sind sie eigentlich fähig weißt du Alter oh man ey aus 2 Meter Entfernung nichts können die einfach also ich bin da ihr habt gut gespielt das muss man schon sagen das stimmt ja ihr hattet ne Zweitligamannschaft das ist schon das muss man anerkennen wir hatten natürlich die bessere Mannschaft aber ihr habt trotzdem verloren wie ist das so? Gewinner der Herzen ja was soll das für eine Aussage wir haben die bessere Mannschaft aber ihr habt trotzdem verloren ich mach ne Aussage und was das ist wie so ja weißt du Spiel wieder. Tschöö.